Ich mache dann zehn Fakten über mich. Erster Fakt. Ich habe zwei Katzen und ich habe sie lieb. Zweiter Fakt. Ich bin elf Jahre, werde aber zwölf. Dritter Fakt. Ich habe ganz schön viele Freunde. Verstehe mich zwanzig an, aber ja. Vierter Fakt. Ich bin ein Steinbau-Kraber, also am 16. Jörgchen Geburtstag. Fünfter Fakt. Ich bin ein Mensch, der sich fest beißt wie ein Pitbull. Ich überlege mir irgendwas und es muss unbedingt sein. Es muss sofort sein. Sechster Fakt. Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Siebter Fakt. Ich sitze gerade in meinem Zimmer. Dritter Fakt. Abonniert Sammy Slimani. Achter Fakt. Ich bin ein sehr lebensfreuliger Mensch. Vierter Fakt. Ich bin aber auch ein sehr mutziger und zickiger Mensch. Neunter Fakt. Zehnter Fakt. Dieses Video ist damit zu Ende. Ciao. Ich hoffe, dass euch gefallen. Es kommen noch mehr Fakten, weil ich ziemlich viel über mich falle. Ich bin ja ich.